5 entspannende Heilmittel gegen Knieschmerzen Diese entspannenden Heilmittel gegen Knieschmerzen sind sehr hilfreich, wenn es sich um leichtere Probleme handelt. Die Kniegelenke sind sehr komplex und deshalb auch empfindlich. Sie neigen zu Verletzungen, deshalb sollte man vorsichtig sein. Zwar werden die Kniegelenke von der Gelenkflüssigkeit, Synovia, den Bändern und Sehnen geschützt, leiden jedoch insbesondere bei Überlastung schnell an Beschwerden und Entzündungen. Diese Symptome können zwar durch Ruhestellung und konventionelle Schmerzmittel gelindert werden, doch manchmal ist zusätzlich eine Therapie notwendig, um die Beschwerden zu lindern. Es gibt auch natürliche Heilmittel gegen Knieschmerzen, mit denen die Durchblutung verbessert und der Bereich entspannt werden kann. Anschließend findest du 5 nützliche Naturmittel, die dir bei Knieschmerzen helfen können. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. 1, Heilmittel gegen Knieschmerzen, Umschlag mit Anikaufguss. Anika zeichnet sich durch schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkstoffe aus, die für die Gesundheit der Knie sehr vorteilhaft sind. Damit kann der Bereich entspannt werden und gleichzeitig werden die Beschwerden gelindert. Zutaten. 1 Tasse Wasser, 250 ml. 2 Esslöffel Anika, 20 g. Zubereitung. Das Wasser zum Kochen bringen und die Anikaplüten damit übergießen. Lasse den Aufguss 10 Minuten ziehen und gieße ihn dann durch ein Sieb, um die Feststoffe zu entfernen. Anwendung. Ein Tuch mit dem Anikaufguss befeuchten und auf die Knie auflegen. Lasse diesen Umschlag 10 Minuten wirken und wiederhole die Behandlung falls nötig zweimal täglich. 2, Heilmittel gegen Knieschmerzen, Epsomsalz. Epsomsalz oder Magnesium-Fulfat hat remineralisierende Eigenschaften und ist deshalb als Heilmittel gegen Gelenkschmerzen sehr beliebt. Die äußerliche Anwendung entspannt entzündete Bereiche und verbessert die Durchblutung. So können Steifheit und Empfindsamkeit gelindert werden. Zutaten. Zutaten. 2 Tassen Wasser . 3 Esslöffel Epsomsalz . Zubereitung. Das Wasser erhitzen und das Epsomsalz darin auflösen. Anwendung. Danach ein Tuch damit befeuchten und auf die Knie auflegen. Lasse es 10 Minuten wirken. In dieser Zeit sollte das Tuch so warm wie möglich sein. Wiederhole diese Behandlung bis sich die Schmerzen lindern. 3, Heilmittel gegen Knieschmerzen, Olivenöl und Ingwer. Die Fettsäuren des Olivenöls wirken entzündungshemmend und sind deshalb sehr nützlich, um Knie- und Muskelschmerzen zu lindern. In Kombination mit der schmerzlindernden Wirkung von Ingwer erhältst du ein hochwirksames Produkt, das bei Spannungen oder Schmerzen zu empfehlen ist. Zutaten. 2 Esslöffel Olivenöl . 1 Esslöffel Ingweröl . Zubereitung. Das Olivenöl erwärmen und mit dem Ingweröl vermischen. Anwendung. Überprüfe die Temperatur des Öls, damit es für die Haut nicht zu heiß ist. Danach massierst du deine Knie sanft mit dieser Ölmischung. Das Öl wird von der Haut aufgenommen und muss nicht abgewaschen werden. Verwende diese Behandlung an drei bis vier Abenden bis sich die Beschwerden lindern. 4, Heilmittel gegen Knieschmerzen, Apfelessig und Kainepfeffer. Kainepfeffer enthält den Wirkstoff Capsaicin, der für seine entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften bekannt ist. Dieses Hausmittel wird mit den Mineralstoffen und Antioxidantien des Apfelessigs kombiniert, um die Beschwerden an den Knien zu lindern. Zutaten. 1-2 Teelöffel Kainepfeffer in Pulverform, 1,2 g. 1 Tasse biologischer Apfelessig, 250 ml. Zubereitung. Keine Pfeffer und Apfelessig vermischen. Anwendung. Ein Tuch mit dieser Mischung befeuchten und auf die Knie auflegen. Lasse dieses natürliche Heilmittel 20 Minuten lang wirken und spüle es danach ab. Wiederhole diese Behandlung jeden Tag bis sich die Schmerzen lindern. 5, Heilmittel gegen Knieschmerzen mit Minz und Eukalyptusöl. Die entspannenden Wirkstoffe der Minze und des Eukalyptus sind ausgezeichnet, um entzündungsbedingte Knieschmerzen zu lindern. Die Kombination dieser Öle wirkt schmerzlindernd und entspannend und kann deshalb Schmerzen nach einer Überbelastung oder einem Aufprall reduzieren. Zutaten. 1 Teelöffel Minzöl, 5 g. 1 Teelöffel Eukalyptusöl, 5 g. 2 Esslöffel Kokosöl, 30 g. Zubereitung. Das Minzöl mit dem Eukalyptus und dem Kokosöl vermischen. Das Kokosöl ist wichtig, um eventuelle Hautreaktionen zu vermeiden. Anwendung. 2 Teelöffel. Massiere deine schmerzenden oder entzündeten Knie mit dieser Ölmischung. Die Haut absorbiert das Öl. Verwende diese Behandlung zweimal täglich. Du leidest an einer Knieverletzung? Du hast deine Gelenke zu sehr strapaziert? Wenn du Knieschmerzen hast, kannst du von diesen natürlichen Heilmitteln profitieren und damit Erleichterung finden. Wenn die Probleme nicht besser werden, solltest du jedoch auf jeden Fall einen Facharzt aufsuchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.